Hallo, das ist Dachnummer Al von Forst in Bede. Das ist ein bisschen laut, was das Video war gekommen. Ja, ich glaube, das war ein bisschen wieder, wenn irgendetwas wichtig ist, weil wir mal sagen, wenn wir alle haben, an der Kinderseile wird da unten, wie da unten die Färken denken, wenn die nicht für zu gehen. Wir alle haben die Saale, wenn wir da unten gehen, nicht? Ja, nicht gut, nicht gut. Ja, und nun will ich bloß reden. In der Bibel, du hast etwa 70 Mal von Forster geschrieben, im Erländen, im Nieden Testament. Denn der wird von Forster als Seierheuch. Und Forster dort ist, meine, an der Bibel trifft, dass meine von Eterweich bleibe. Dort ist das Wort Forster. Wie da unten bei dieser Titel. Sie sagt, dass ich das vorher mal sehe. Aber ich weiß nicht, was von Schreuen war, ich bleibe und so weiter her. Aber ja, in der Bibel redet dort talen von immer von Eter, von Drink, von bloß Frucht eten und so weiter her. Ja, das ist einfach zu sehen. Forster ist etwas heftig mal von der Bibel, in einem Nieden Testament. Wie ist das für ein Mann? Es gibt zwei verschiedene Versionen von Forster. Das ist ein Publikum, sodass jeder einer dort sein wird oder dort anwäite wird. Und dann auch ein Privat, an der eine eine, an der eine Stuh oder am einer dort sein wird. Das ist das andere Wort. Da sind viele verschiedene Gelegenisse, von wo Menschen an der Bibel Forster sind. Wir kennen das weiter, dass Gott uns natürliche Uppenbarungen in Weisheit hat, wann wir das Forster praktisieren. Moses und Daniel und even Jesus Forster ola. Die Bibel sagt uns, dass Forster was ans halbe Thürm bose. Das Bibel war der Dalla nur an der Gott bose, an der Gemeinschaft mit Christus. Und das war unsere Übung aufmerksam, dass wir heute uns verlieren. Daniel 10 Vers 3 sagt, Ich euch nicht schwere Mülltide, kein Fleisch und kein Wien, kein an mein Müll. Und ich werde mich überhaupt nicht ansolven. für die ganze Fahle Dreiwerk. So, ja, das ist wie auch immer definiert worden, an dieser Vorstieg, dass wir heute vielleicht den Fahntag oder wie heute schwere Mülltide Tag oder so weiter her. Das ist auch wichtig, wenn wir das für Gott tun und das wieder tun haben, nur an den Gott kommen. So, ja, ich will ihnen bloß alle Mutterspräcke dort mit Gott verspräcke machen und dann dort durchholen, wo die in Gott ihnen eigentlich war. Gott ist sehen, bei dem nächsten Mal. So. 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 So.